Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen ein bisschen später an diesem Donnerstag, dem 10. Februar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1162, heute mit den folgenden Themen. Samsung, Nuki, Satoshi, U und SpaceX. Ich starte gleich mit Samsung und die haben neue Geräte vorgestellt. Das ist unter anderem ein Tablet, das ist unter anderem ein neues Telefon und was war es noch? Was mir vor allem aufgefallen ist, auf die Geräte wie das Galaxy Tab S8, S8 Plus und S8 Ultra sowie das Samsung Galaxy S22, das Samsung Galaxy S22 Plus, was dann die Smartphones sind und so weiter, das möchte ich ein anderes Mal eingehen. Da auch ein S-Pen mit drin ist und so weiter und so fort, also die Gerüchte haben sich dahingehend bewahrheitet. Was viel, viel interessanter ist, Google schlägt Samsung oder besser gesagt umgekehrt, Samsung schlägt Google, den Inhaber von Android oder dem Überdrübervater von Android, wenn man es so nennen mag, die da den Finger drauf halten, zumindest beim Android, was die meisten kennen, eben mit den Google-Produkten oben drauf. Ja, Samsung macht nicht nur mehr drei Jahre Android-Updates für ihre Smartphones, nein, sie geben vier Jahre raus. Das ist mehr als Google für seine eigenen, wie heissen die schon wieder, Nexus? Nein, das war früher, einfach für die eigenen Geräte zur Verfügung gestellt. Und das ist schon eindrücklich, das gefällt mir und das ist das, was ich schon seit Jahren sage bei Samsung, dass sie nicht nur ein stabiles und mittlerweile auch ein angenehmes OS haben, auch von der Optik etc., allem drum und dran, sondern eben, dass sie sich auch in anderer Richtung Mühe geben und womit man auch die Geräte dann deutlich länger nutzen kann. Und das macht sie dann dreifach interessant, weil sie, wenn man sie nicht gleich im ersten Monat kauft, dann auch drastisch im Preis sinken mit der Zeit und man da richtige Schnäppchen machen kann. Weiter geht es mit Nuki, dem Smart Home oder dem Smart Schloss Hersteller, ich glaube sogar aus dem Österreichischen, wenn ich nicht ganz falsch liege. Die haben ja mit ihrem neuen 3.0 und 3.0 Pro Modell in den letzten Jahren neue Modelle vorgestellt. Jetzt kommt ein App-Update für die Apple Watch und da wird kommuniziert, dass es neu eben auch von der Uhr aus entschlossen werden kann. Das ist etwas, was schon seit Jahren möglich ist, mache ich auch bei mir im Büro zum Beispiel seit Jahren über die Apple Watch oder auch über die Samsung, die früheren Samsung Watches. Neu ist jetzt möglich, dass das Ganze nicht eine direkte Bluetooth-Verbindung über das iPhone, also via dem iPhone und der Bridge aufbaut. Nie, das Ganze geht jetzt über Wi-Fi und oder, wenn man natürlich ein Cellular Apple Watch hat, auch über die Cellular Apple Watch. Das ist schon sehr praktisch angenehm und ja, eben sehr praktisch, genau. Weiter geht es mit Sateshi, dem Gadget-Hersteller, der sich rund um Apple-Produkte, ich finde aber, vieles davon kann man auch für Nicht-Apple-Produkte nutzen, aufgestellt hat. Der hat ein neues Thunderbolt 4-Dock mit Ethernet vorgestellt. Und das hat es in sich, zum einen preislich, aber natürlich vor allem auch von der Leistung her. Der Computer, der dran hängt, kann mit 96 Watt Power Delivery befeuert werden. Und ihr findet an der Vorderseite ein USB-A-Anschluss, ein SD-Kartenlesegerät, ein 3,5 mm Klinkenstecker, um eben direkten Geräte von vorne einzustecken. Und wer jetzt denkt, weshalb ist hier vorne nur ein 2.0 USB-A-Port, relativ einfach, der ist dazu gedacht, um andere Geräte aufzuladen, also an Smartphones. Was auch immer ihr aufladen möchtet, das könnt ihr da anstöpseln. Hinten dran ist neben dem Stromanschluss dreimal ein Thunderbolt 4-Port, ein Ethernet-Port und zweimal USB-A-Anschlüsse, dreimal USB-A-Anschlüsse der zweiten Generation 3.2, also alles dreier USB-A-Anschlüsse. Was ich hier einzig ein bisschen schade finde, ist, dass es in Anführungs-Schlusszeichen nur ein Gigabit-Ethernet-Port ist und nicht ein 2,5, 5 oder 10. Aber das könnte ja vielleicht auch mal in einer der nächsten Versionen kommen. Warum berichte ich euch davon? Ich werde das Teil nächstes Mal testen und kann euch dann ein bisschen mehr davon erzählen. Ich bin da sehr gespannt, ob das mein Belkin ersetzen wird, was ich ziemlich, lassen wir das mal, schauen wir mal, wie es dann kommt schlussendlich. Das junge Fintech, Ju, hat in der Schweiz nach nicht mal neun Monaten, denn es ist erst morgen, am Freitag soweit, dass sie neun Monate alt werden, die 50.000 Nutzer geknackt. Knapp vor Weihnachten circa haben sie die 40.000 geknackt, jetzt sind sie schon bei 50.000, also da rappelt es richtig in der Kiste und es geht vorwärts. Da scheint Ju wirklich einen Nerv der Zeit getroffen haben. Wer sich da ein bisschen mehr einlesen möchte, auf dem pokipsi.ch.dex.eu-Blog findet ihr einige Artikel rund um die Lösung, die es da gibt. Und zu guter Letzt habe ich euch noch ein bisschen was zu SpaceX und einem geomagnetischen Sturm. Was hat das miteinander zu tun? Aktuell testet ja Elon Musk mit seiner Firma SpaceX die Möglichkeit von Satelliten, die sie ins Weltall schiessen, die Internet machen für uns hier drunten auf der Erde. Vor allem ist das Ganze gedacht für Stellen, wo das Internet nicht ganz so gut ist. Da kann man sich dann einen passenden Satelliten aufstellen und dann einfach damit das Internet runterholen. Das geht einfach, weil der Satellit sich jeweils selber ausrichtet, sodass er immer auf die richtigen Satelliten ausgestellt ist. Und da gab es jetzt eben ein Problem. So ein geomagnetischer Sturm, Sturm, so umgeht das Wort, genau, hat sich nämlich auf die Satelliten geschmissen und hat 40 davon in Beeinträchtigung gezogen. Die fliegen dann, wenn sie nicht mehr richtig fliegen, nicht irgendwo ins Weltall weg und zerschiessen irgendwelche anderen Satelliten. Die gehen zurück in Richtung Erde und verbrutzeln da, sodass eben nichts zurückkommt auf die Erde und nichts oben bleibt, was nicht da oben sein sollte. Spannend ist ja, Elon Musk testet das aktuell in einer relativ niedrigen Umkreisung der Erde, auf etwa 210 Kilometer über der Erde. Sofern das System nachher verhebt, sofern das System nachher funktioniert und alles richtig tut, möchten sie dann das Ganze auch eben ein bisschen weiter nach draussen verschieben. Und da sind dann auch solche Geosturmgeschichten keine Probleme mehr. Somit bin ich gespannt, wie lange die Tests funktionieren werden oder brauchen werden. Aktuell, wer jetzt denkt, dass das viele Satelliten sind, Elon Musk hat etwa 2000 im Himmel oben. Die Bewilligung haben sie für 4408 Satelliten und die Anträge für noch viel mehr Satelliten, die laufen schon längers und könnten nächstens bewilligt werden. Ich bin also wirklich gespannt, wie es da weitergeht und werde es auch ein bisschen verfolgen. In diesem Sinne, das war's mit den Neuigkeiten zum heutigen Tag. Wenn ihr mögt, gerne bald wieder euer Pokipsi. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.